Wir sagen Wurfbox dazu. Hat im Prinzip zwei Zimmer, wenn man so will. Ein größeres, ein kleineres. Beim Bedarf wird eben Stroh eingestreut. Und wir haben hier überall die Möglichkeit mit Schiebern das eben zuzumachen, dass wenn man denn einen abtrennen möchte zum Wiegen. Zum Beispiel so. Hier sind die Kinder. Wenn, gedacht. Mutter geht hier in dieses kleine Abteil und hier können wir dann halt zumachen. Wenn man sich jetzt vielleicht auch schlecht vorstellen kann, aber die Mutter kooperiert da sehr. Ariel ist sehr sportlich. Ja, guck mal, die hängt da ganz oben in mir erst. Aber sie macht jetzt einen richtig entspannten Eindruck, ne? Ja, das stimmt. Sie hat sich mächtig beruhigt. Sie hat doch einen ganz anderen Gesichtsausdruck jetzt wieder gekriegt. Denn die war ja so richtig, wenn die rausgeflitzt kam hier aus der Kiste, da sah die ja immer so verklemmt aus.